Das das vielleicht hier passt. Jop. Jetzt sehe ich erst, dass es eine Muschel ist. Kann man da sinken in Sirene. Ich muss mal drücken und gucken, was passiert. afg.de A, F, G, D, E. Noch mal gucken. afg.de A, F, G, E. Okay. Noch mal zur Überprüfung. afg.de afg.de Tja, ich habe schon zu viel. Andern brauche ich E. E, okay. A. Nein. F. A, F. Gis. Nee, wo ist das Gis? Gis. A, F, Gis. D? A, F, Gis. A, F, Gis. Und da ist schon die Perle. Afg.de Ne, wo ist das Gis? A, F, Gis. A, F, Gis. Nun, wie komme ich da ran? Das ist ja mitten im Wasser. Ach, ich habe sie gepflückt. Pflücke die Perle. Ja, und jetzt geht sie wieder runter. Und dann wird die bestückt und dann kriege ich bestimmt meine beiden Kameraden wieder, oder? Da fehlt noch ein Stück. Hier war ich schon. Wir haben mir einen FP abgesaugt. Das sind FP-Sauger. Also muss man sich schnell... Es geht dann auch gleich... Äh... Drum ist es gut, eine anständige Waffe zu haben. Die machen sie eigentlich nicht so schnell kaputt. Ich durfte mir keine FP hat zum Zaubern. Smile... Sofie... Die zacken mir doch echt die FP-Sauger. Ich versprich... Ich versprich... mal zu euch wow, minus 1000 fast ha, reicht nicht ach komm, den kriegen wir auch so fertig, oder? Indroniten-Schuppe schieße ich dich halt von hinten? also eigentlich schieße ich halt ja, ich fuß 1000 hb, nicht schlecht wenn ich wahrscheinlich irgendwann mal brauchen die ganzen Trinke ging es da zu der Halle? ja 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 und dann kommen meine beiden freunde wieder raus neuer auftrag gehen die muscheln und befreien seine freunde gebt euch in ok vorher hätte ich gerne noch mal gespeichert davon ist sprecherpunkt und da geht es nicht weiter komm rein in die hülle des löwen frühere opfer der sirene und die knochen ausgesaugt das gierige saugstück ok du bist nicht zufällig lesbisch bist du lesbisch wo denkst du hin dann kann uns auch die 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 sirene nicht betören oder nie ich glaube nicht okay dann lass uns rein ist okay wir gehen jetzt rein okay mach dich fertig auf drei zwei eins ich mache jetzt die tür auf bist du bereit ja wo ist sie denn da ist noch mein speicherpunkt 2.500 hp nicht schlechter schwächt und dafür wollte meine liebe herr gesangsverein also da unten ist immer was von hier aus besser in der mitte da wird wahrscheinlich die sirene auftauchen oder es ist eine die kann ich gar nicht runter gut es ist wieder so ein portal ich bin mir nicht sicher komm jetzt gehen wir zu der sirene oder Buki komm ob ich wohl auf den kristall schießen muss nein ich bin nicht lesbisch wo ist er denn aber immer ein auge des sturm das sind meine zwei jungs hautschi ne ich muss mir das ding da betreffen glaube ich ich sollte vielleicht fast so wir sind nicht viel platz hier das ist hier 100 ich bin doch nicht fertig ok ich weiß nicht aber ich habe immer pausen dazwischen da kann ich mich dann heilen wenn ich muss das ok das zeigt an wo das zeigt nicht an wo sie rauskommt ich halte einfach drauf weil das heilt mich ja auch ich mache das noch mal schneller und ich glaube ich brauche eh meine fernwaffe außer drauf schießen kann mich nicht viel machen oder ich könnte mich noch heilen wer ist denn wieder bereit ann bist du denn wieder bereit mal bist du denn wieder bereit man bist du denn wieder bereit ah Gott jetzt ist er wieder bereit wie viel bringt mir das das war ja nicht schlecht ja bin ich doch wesentlich langsamer und dann mach ich hier noch mal augen die stunde immer schön abwechseln oder ist die so gut aufgeführt hat die eileen eigentlich scheiße ich einigen für mich heißt die eileen eigentlich ist kein schöner name nix auf ich ist schön es riecht sich ah da kommt sie dann links vom links kommt sie immer raus glaube ich da kann man halt nix machen wenn sie einen da erwischt klotzt aber ganz schön drauf äh ok dann nehme ich halt hier eine heilende salbe oder so ich habe genug von dem zeug ich habe so viel dass ich hier noch morgen die sturm zu leer schicken kann ich glaube hinter mir taucht sich schon auf das ist sie kommt dann von hier wenn wir schon drauf halten ja das macht mir überhaupt nix gleich wieder geheilt steckt dein schwänzchen aus dem see schwänzchen in die höhe ich bin ich noch naja dann machen wir halt nur den kuss da kommt sie da kommt sie dann hier äh da komisch ouch ouch die dann bist du ohne deine rubin hä entzauberungsrolle erhalten Auftrag erfüllt, das ist wunderbar, ich klau dir jetzt den Rubin, nächster Level. Sehen wir den Rubin klauen, scheinbar nicht, aber ich kann aufsteigen, noch mehr Kraft oder? Ja, Kraft, 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 ja, Kraft ist alles hier. So, ich habe immer noch die Eilischnur, nur die Eilischnur, aber ich habe hier eine Brücke gekriegt, damit kann ich sie wieder zurück, was jetzt passiert? Ja, jetzt hat sie mir auch ein Kristall abgenommen, oder? Talos gehört nicht mehr zur Götterfamilie. Okay. Mhm. Geben wir mal eine bessere Rüstung. Ein Beschützerschlag. Jo, Ritterrüstung. Und jetzt will ich mal wissen, ob meine Runen übernommen wurden. Die haben sie aber da gelassen, okay. Doch, hat er doch übernommen. Aber er hat irgendwie ein Beschissene. Da hat er es doch übernommen. Er hat das nur nicht übernommen, weil das andere rechteckig war und da irgendwie nicht mehr gepasst hat oder so. So, naja. Kann hier noch einer aufsteigen? Ne, die sind 18 und 19. Äh, ich spiele den Elko würde ich sagen. Der hat doch jetzt auch diese gute Knarre, oder? Eine schnelle Knarre. Der ist Runenschwert. Der Plasma wäre mal hoch. Ja, jetzt spiele ich den Elko. Ich spiele den Elko. Jetzt muss ich eine Xindia haben. Erstmal muss ich speichern. Ich muss erstmal gar nichts. Und dann möchte ich speichern. So. raus. から Muss. Komm, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 6, 9, 9, 8, 10. Vielen Dank.